Der Himmel Der Himmel Leute, da sind wir wieder! Folge 24, immer noch topfrisch Ja, 24 Ja, 24 Ich hab 23, aber die haben wir gerade gedacht Genau, da wir noch mehr Woche Folge am Stück drehen, ist das doch nicht mehr so leicht verwirrt Äh, so Ja Was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall Ich werd jetzt schon mal meine Ja, was mach ich jetzt? Gute Frage Ich werd hier das Schild mal abmachen Ups Warum? Seht ihr wie gesagt Folge 25, das große Ereignis Ja Ja Sprich nächste Folge ist es soweit Ja Warum? Was ich äh Was ich äh Was ich jetzt noch mache Boah, ich weiß nicht mal Ja Das Dorni, der kommt ja bestimmt auch irgendwann noch hoch Das hat ja auch noch was zu tun Mhm Was ich zu tun habe, ist Ich will noch mehr Wölfe haben Oh Ja was denn? Äh Da kennt sich's los nun So, dich Und dich Lalalala Ich glaub ich muss äh Ja Ja Oh Oh Och nö Jetzt kann ich dich nicht mehr züchten Warum? Ich versuch sie mal weiter zu züchten Oh Scheiße Kacke Hab ich das gar nicht gelesen Na ja gut Och man Mich dann ernst Du wirst das leben Oh Ich sag jetzt kaputt So Aber immerhin hab ich jetzt Noch so einen kleinen Frechdachs hier holen Wusstest du so rosen Ich hab ein paar Wölfe mehr Und du hast dafür ein Pferd im Haus Ich hab kein Baut mehr ein Pferd im Haus Ich hab ein Pferd im Haus Da steht ein Pferd in meinem Haus Ja Bei mir aber nicht bei dir Hä? Wir dürfen die Geräte, oder? So, jetzt werd ich Ein bisschen umräumen, weil ich jetzt ein bisschen Platz geworden hab Und ich krieg grad so viel Peace Ja Ja Ist doch toll So Das war mal ein bisschen Licht Ich hab ein paar Und elf Kies So, das nehm ich auf jeden Fall noch mit Was machst du da? Siehst du doch Hast du eine Höhle zwischen deinem Dings und deinem Haus gebaut? Ich weiss nicht Ich weiss nicht Das ist bei meinem Gang Von der letzten Folge Ja ja, ich weiss schon, ob du meinst du war Das ist nicht zwischen meinem Haus Das ist zwischen deiner Höhle Das ist in näher deiner Höhle Achso, okay Dann war ich schon auf den Schlauch So, aber Ich geh jetzt mal hoch Und mache das, was ich noch machen muss Sprich die Box füllen Ja Mein Wolf nehme ich natürlich mit Hast du ne einzelne Box, oder soll ich dir ne Box dahin stellen? Mh, wär eigentlich schon, wenn du ne Box dahin stellst Ja machen wir doch Guck, so Sind ja liebe nette Nachbarn Oh, vielleicht noch ein bisschen schlafen, wie? Nö Ah, ja, das regneet Das regnen Nein, ich bin ne Jacke dabei Oh, jetzt krieb ich doch Heulkrämpfe Da steht ne Box Dreck ich ne Ecke von deiner Tür, ja? Schneid rein Rein hier Rein Was siehst du denn Regen? Hm? Äh, ich sag nur Ich dachte der Halluziner Halluziniere Guck da Ich dachte der Halluziniere so ein bisschen Nee, komm mal zur Wiese. Nein, ist schon okay. Da regnet es ja immer. So, geh mal schlafen, ja? Warte, guck mal bei deiner Tür, bitte. Nein, jetzt nicht. Dann guck auf mein Bildschirm. Attacke! Oh, Knie gebrochen! Nein, nein, Mami! Haha. So. So, dann mach ich meine Box. Richtig, mach du das mal. Ich trinke mir jetzt erstmal einen Schluck. Wie machen wir das? Das erstelle ich glaube ich nicht. Ich brauche sie unbedingt. Eizen könnte ich gebrauchen. Weizen könnte ich gebrauchen. Tinti vielleicht. Damit ich mich vielleicht runtergraben kann. Könnte ich mal mehr so viel essen? Es stimmt ja, aber Tinti gehabt. Ja. Wo ist mein Tinti? Da! Das nimm ich mit. Das hab ich mir lange gedacht. Hm? Ja, kommt bisschen Holzbaum mit, weiß. Die Leitern kann ich auch vielleicht mal so mitnehmen. Vielleicht darf ich mich ja irgendwo hoch und kein Leiternberg brauchen. So. Nehm ich dann meine Rüstung mit. Entschuldig. Was? Das hört man nicht mit. Warte man nicht mit. Oh. Warte. Essen kann ich mir mitnehmen. Hm. Ja. Das kann ich mitnehmen. Ich geh jetzt mal so ein bisschen in die Kleine hier. Ah boah warte. Ja okay. Das passt genau. Ja passt genau. Warte ist das Tinti? Ach guck mal. Der hat eine Beschäftigungtherapie für meinen Kleinen hier. Wo ist denn mein kleines Wölfchen? Boah er leckt mich doch am Arsch. Ich hab nichts gesagt. Hallo willst du nicht? Geht doch. Guck mal. Baby. 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 Wölfchen. So. Sag ich das jetzt einfach nur noch mal. So. Das habt ihr irgendwo auf mein Schaf gesehen. Eine Schafe. Ein Schaaf. Eine Schafe. Oh der Kleine ist da so ein bisschen neben der Spur. Oh komm. Da fackeln dich ja mit. Beine immer noch Beine. Das war eine Meile. So ein bisschen soziert. Ich sag es ja auch fürs Essen. So. Huiiii und runter. Nein. Jetzt kommen die Sachen die ich. Die eigentlich nicht so wichtig sind. Ach ne kommt's. Frohe Flie. Vielleicht tun wir es auch. Nicht braten. Ich hab leider genug. Nicht braten. Alles klar. Ja vielleicht ein Pfeil. Falls ich einen Bogen bekomme. Hast du keinen? Ich hab einen Bogen. Meiner ist so gut wie ausgelutscht. Ausgelutscht? Ja. Ich könnte sie mir einen Bogen machen. Ich hab noch einen Bogen wenn du willst. Was kannst du haben? Äh. Ist ja benutzt. Ja. Aber den hab schon von nem Zombie gezockt. Ja ok. Dann mach ich mir einen. Neun. Ja? Hm. Kann ich mir kaufen. Ok. Dann. Aber nicht von dir. Ja gut. Ich behalte ihn mal mit den Tag. Vielleicht nehme ich die noch mit. Guck da. So. Ich kann einen Bogen kaufen. Ja. Ich hab hier auch noch. Fiehl hätte auch Kraft gekürt. Ich wollte. Sie hab' ich auch mitgenommen. Für den Fall der Fälle. So. Da hab' ich da schon mal mit. So ne. Bisschen Holz kann nicht schaden. Dann schaden. Egal. Ich finde vor Ort doch bestimmt genug. Ne? Genau. Wie bist du mit deiner Box? Also ich bin fertig mit der Box. So. Okay. Aber noch nicht fertig ganz. Noch die paar Fackeln. Fackeln. Ich hatte nämlich doch noch ein paar Fackeln. Haas so weit. Weil die Kriegs ist klar. Da hast du gerade noch eine Schlechtung. Ja passt noch an Gott. So Leute das war's. Folge 24. In der nächsten Folge seht ihr das große Ereignis. Und äh. Wir sind zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.